Ja meine Freunde auch herzlich willkommen zu Part Nummer 2. Wir gucken uns natürlich zunächst erstmal die Skills ganz fix an und schauen uns dann die Kombos an. Bei den Skills sieht das Ganze so aus, dass unsere passive Loaded Dice ist quasi jedes Mal wenn wir einen Minion killen oder überhaupt wenn wir irgendwas töten, kriegen wir jedes Mal zufällig Gold. Zwischen 1 und 6 Gold kriegen wir. Wir haben jetzt 3 bekommen. Wenn wir diesen guten Dude bekommen haben wir jetzt 2. Also wir kriegen immer unterschiedlich zwischen 1 und 6 Gold. Das ist super unterschiedlich. Das ist alles. Das heißt wir stacken jetzt so ein bisschen Gold hoch. Die Q ist sein Hauptspell. Er wirft 3 Karten immer in diesem Abstand. Diese Karten ja die fliegen auch durch Gelände durch. Die machen Schaden und das ist alles. Die haben auch immer unterschiedliche Farben. Jetzt waren es 3 gelbe. Manchmal sind es auch bunter. Also ja. Die W ist das was Twisted Fate ausmacht. Mehr oder weniger. Und zwar hat er die Möglichkeit 3 Karten zu wählen. Sobald er diesen Spell aktiviert laufen diese Karten durch und Twisted Fate kann aus und welche Karte er haben möchte. Die blaue Karte macht am meisten Schaden und gibt Mana wieder. Die rote Karte macht AOE Damage und macht den mittleren Schaden und Slow zusätzlich. Die gelbe Karte macht den geringsten Schaden, macht aber dafür ein Stun auf das Ziel. Das Ziel ist gestunnt und kann nichts machen. Wir können den Damage hier einmal sehen. Die blaue Karte 40, die rote Karte 30, also fast gleich. Die gelbe Karte 15. Also super wenig. Unsere E ist ein Passiv. Unsere E ist Stack Deck. Und jedes Mal wenn wir angreifen, kriegen wir ein Stack. Hier sehen wir das. Und sobald wir 3 Auto-Hits gemacht haben, kriegen wir Karten um uns rum. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt ist unser nächster Auto-Hit verstärkt. Das heißt ihr macht zusätzlichen magischen Schaden. Ihr seht hier plus 109 hat das Ganze jetzt gemacht. Das ist also ganz angenehm. Außerdem kriegen wir durch diesen Spell mehr Attack Speed dazu. Passiv die ganze Zeit. Die Ultimate von Twisted Fate ist das, was auch ebenfalls Twisted Fate ausmacht. Schicksal oder Destiny. Und sobald man, man sieht schon, kann auf der Map sehen, wie groß das ganze Ding ist. Sobald man diesen Spell aktiviert, sieht man jeden Gegner. Das heißt jeder Gegner hat so ein Feuer, bis sie leuchten. Man sieht jeden Gegner und kann sich in diesem Umkreis irgendwo hin teleportieren. Da kommen die Karten und man erscheint dort. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich GG. Bei Maxen der Spell sieht das Ganze so aus, dass wir auf jeden Fall Q maxen. Q ist nämlich unser Farm-Spell. Danach maxen wir das W und dann das E. Daher gibt es auch keine Diskussion. Das ist so. Das bleibt so. Bedeutet, ihr fangt mit Level 1 und mit W an. Damit könnt ihr am meisten machen. Geht dann mit Level 2 Q, mit Level 3 Q und dann mit Level 4 nehmt ihr das E. Und dann geht ihr Q max, W max, E max. Ganz einfach das Ding. Das war es auch schon dazu. Wir kommen jetzt zu den Kombos Tricks und Tricks und Tricks und Tracks. Wir fangen uns dann natürlich zuerst mit der Passiven an. Und bei der Passiven ist es so, hey, sie gibt uns Geld. Das ist eigentlich alles, aber man kann es natürlich nutzen. Erstens kriegen wir bei der Passiven Geld durch alles wieder. Sollten wir Yorik-Ghule töten, sollten wir Zyra-Pflanzen töten, sollten wir Shako-Boxen killen, sollten wir die Voidlinge aus dem Void-Gate-Leute. Das ist eine Geld-Fabrik. Das ist eine Geld-Scheinfabrik, die auf euch zuläuft. Das heißt, ihr kriegt durch alles Geld und ihr macht auch so kleine Camps wie dieses Raptor-Camp. Könnt ihr sehr, sehr günstig machen bzw. sehr, sehr effizient. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel diese drei kleinen Dinger, die euch kaum Geld geben, so kriegt ihr einfach mal einen Riesen-Bunch daraus, einen Riesen-Bunch-Geld. Das heißt, mit einem gewissen Level macht ihr die Queues oder mit einem gewissen AP-Wert macht ihr mit dem Queue alle Raptoren kaputt, diese kleinen Dinge. Das heißt, ihr könnt auch mal beim Gegner einfach mal die Queues da durchwerfen. Einfach so random durch und dann kriegt ihr einfach Free Gold. Und das ist nicht immer gerade wenig, je nachdem, wie viel Glück ihr gerade habt. Dann gehen wir zunächst auf die E. Die E, das Stack-Deck, kann uns natürlich helfen, zu Last-Hitten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Kanone haben und haben Schwierigkeiten, die Kanone zu Last-Hitten, kann man sich das natürlich vorbereiten, indem man schnell das Ding fertig macht und dadurch dann auch so einen Minion hier zum Beispiel easy kriegt, der sogar noch ein bisschen mehr appiert. Manche Minions kann man unterm Turm nicht mit normalen Out-Hits kriegen. Manchmal ist es echt unlucky, wie der Turm die anschießt und manchmal haben die auch gerade so AP, dass es nicht reicht mit so einem normalen Out-Hit. Wir machen ja auch nicht den meisten Schaden. Und da kann es helfen, das Stack-Deck vorher vorzubereiten und dann entsprechend auf den Minion draufzuwerfen und dadurch den restlichen Zusatzschaden zu kriegen, den wir brauchen. Das Stack-Deck hat eigentlich ein relativ gutes AP-Scaling. Das heißt, unterschätzt diesen Spell niemals und nutzt diesen Spell. Gute Twisted Fate-Spieler werden da auf jeden Fall immer drauf zurückgreifen und das Ganze am besten mit dem W kombinieren. Das heißt, wenn ihr jetzt den Gegner all-in wollt, ihr wollt vielleicht so eine Flash-Combro machen, dann macht das Stack-Deck, bereitet euch das davor, macht die Flash-Card da rein und dann könnt ihr auf den Gegner reingehen und macht zusätzlich den Schaden mit dem Stack-Deck auf den Gegner drauf. Lustig wird das Ganze dann nämlich, wenn das dann noch mit Loons kombiniert wird. Stack-Deck, die Yellow-Card, Lich-Bane und Loons. Dann so ein Ding auf den Gegner werfen, peng, weg. Natürlich ist das auch ein sehr, sehr guter Spell, um Out-Hits zu traden. Das heißt, ab und zu kommt man so in der Situation, wo man einfach als Magier so seine Spells raus hat und dann noch ein paar Out-Hits macht. Das heißt, macht die Out-Hits, macht sie. Ihr habt einen zusätzlichen Spell, der ja quasi, ja, der Cooldown ist halt so, wie euer Attack-Speed ist. Das heißt, greift an, nutzt den Spell, um auch Trades damit gewinnen zu können. Und gerade, wenn ihr auch vielleicht am Escapen seid, der Gegner aber auch nicht mehr so viel AP hat, aber schon ein bisschen mehr, könnt ihr natürlich gerade so mal weglaufen, auch nochmal so ein Out-Hit auf einen Minion machen und kriegt dadurch das Stack-Deck und könnt dadurch Schaden machen, ja. Das heißt, haltet die Stacks einfach immer im Auge. Die Cue ist natürlich euer Haupt-Spell, das ist auch euer Farm-Spell. So eine Wave jetzt aber zu farmen ist relativ scheiße, weil man mit dem Cue dann vielleicht nur zwei trifft, wenn man es gut macht, kann man auch drei treffen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist die Cue zu werfen, wenn der Gegner gerade kommt, beziehungsweise die Lane, so könnt ihr nämlich alle Gegner direkt mit einem Cue treffen, was sehr, sehr nice ist. Ebenfalls habe ich schon vorhin erwähnt, dass die Cue durch Gelände fliegt. Das heißt, ihr könnt sie durch Gelände wirfen und manchmal ist das sehr, sehr sneaky, ja. Das heißt, man sieht das nämlich erst sehr spät. Wenn man sie hier durchs Gelände wirft, dann sieht man erst hier sehr spät, dass dann hier so die Karte auf einmal da rauskommt. Da, das kann man ab und zu nutzen, um den Gegner dann so ein bisschen, doch mal so ganz sneaky zu erwischen. Natürlich ist das auch unser Spell, den man zu Pocken benutzt. Das heißt, wir hauen natürlich permanent die Cues rein und bei mir ist es ab und zu, sage ich, Quantität über Qualität. Ab und zu werfe ich einfach die Karten, will die Wave pushen und wenn ich den Gegner dabei treffe, dann ist das halt noch so geil. Aber das ist eure Entscheidung, wie ihr damit umgehen wollt. Beim Farmen oder Pushen von Waves ist es immer ganz wichtig, dass ihr die rote Karte nehmt und dann quasi die rote Karte auf den zweiten Minion werft. Nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten, dann trifft ihr nämlich beide und könnt dann ein Q durch die ganze Scheiße durchhauen und habt die komplette Wave, wenn da ausnahmsweise mal keine Kanone dabei ist. Wir kommen dann zur W und bei der W ist es natürlich die Frage, wann nehme ich welche Karte. Grundsätzlich hat jede Karte ihre eigene Eigenschaft und man kann sagen, hey, brauche ich Mana, nimmst du das Blaue. Brauchst du einen Stun bzw. will einen Mate von dir ganken, bist du im Teamfight oder will irgendjemand escapen oder sowas oder dich verfolgen, immer die gelbe Karte. Wenn du pushen willst, ist die rote sehr, sehr gut. Bei der roten muss außerdem genannt sein, dass die rote den Vorteil hat. Man kann Gegner treffen, die man gar nicht trifft. Das heißt, ich saß da hinten der Champion, kann man die rote Karte auf diesen hier werfen und trifft trotzdem den Gegner. Das kann vielleicht mal den einen oder anderen Kill helfen oder sogar den Gegner zu slauen, obwohl man ihn nicht direkt trifft. Oder dass ich dann zum Beispiel sage, es ist wirklich jetzt komplett scheißegal. Ich logge einfach, dass ein was kommt. Zack, blaue Karte, direkt das eingeloggt, damit ich einfach diesen Effekt habe, dass ich eine stärkere Karte habe. Ist egal welche. Wenn man das jetzt damage-technisch unterscheidet, sollte man auf jeden Fall im Late Game immer die gelbe Karte in Teamfight oder Ähnlichem nehmen. Denn die gelbe Karte, wir sehen, die Scaling sind alle gleich. Sowohl das AD als auch das AP Scaling ist bei allen Karten gleich. Das heißt, im Late Game wird das AP Scaling viel, viel wichtiger. Wenn wir so 700 AP oder sowas haben, dann ist es jetzt egal, ob die Karte 80 weniger Damage macht wegen Gold Card, weil wir eine Gold Card anstatt eine Blue Card genommen haben. Denn dahinter steht dann irgendwas mit 500, 600 AP Scaling. Also im Late Game würde ich immer versuchen, die gelbe Karte zu zücken und zu werfen. Während der Landing Phase sollte man natürlich gucken, dass man immer eine blaue Karte wirft, damit man seinen Mana Spam, seinen Q-Spam finanzieren kann. Dann sollte man mit dem Gegner traden wollen, kann man eine Blue Card werfen, wenn man weiß, der Gegner wird sich nicht wehren. So zwischendurch eine Blue Card drauf, zack, kriegt man Mana und macht Poke. Wenn man weiß, hey, der wird sich wehren, wenn ich ihn jetzt angreife, dann lieber eine gelbe Karte und eine Q dahinterher. Das heißt, das ist so die Variation. Wenn es geht, würde ich immer die Blue Card auf der Laning Phase nehmen, weil da einfach doch ein bisschen mehr Schaden hinter ist. Aber nur, wenn da wirklich keine Gefahr für mich selbst besteht. Ebenfalls kann man mit einer gelben Karte auch den Gegner sehr, sehr gut zonen. Das heißt, wenn ich eine gelbe Karte reinmache, hat der Gegner grundsätzlich Angst, weil er weiß, die gelbe Karte ist nur dafür da, um auf den Gegner zu holen. Das heißt, wenn ich die gelbe Karte einlogge, kann man den Gegner vertreiben, weil er wird nicht an die Minions ran wollen, vor allem, wenn es ein Nahkämpfer ist. Damit kann man sehr viel Druck auf der Lane machen. Andersherum könnt ihr auch sagen, wir lassen die Karten so ein bisschen rotieren und machen dem Gegner so ein bisschen Angst, indem wir sie einfach rotieren lassen. Ihr seht ja hier unten, wie das abläuft. Und kurz vor Ende könnt ihr dann immer noch eure Karte einloggen, dann quasi, und auf den Gegner werfen. Oder, falls ihr merkt, das bringt nichts, dann macht er halt die blaue Karte und werft sie. Während ich meinen Gegner mit Karten bearbeite, versuche ich es immer so zu machen, den Gegner natürlich zu stunnen und dann nicht hier stehen zu bleiben auf max range, sondern während das Ziel gestunnt ist, versuche ich dann direkt mitzulaufen. Das heißt, ich mache hier so ein paar Audits, laufe direkt mit und kann dann nämlich jetzt das Ziel dann easy weiter chasen und mit Karten bearbeiten. Das heißt, immer mitlaufen mit dem Ziel. So habt ihr immer die Möglichkeit, immer wieder die goldene Karte auf das Ziel drauf zu werfen. Die magische Mechanik hinter dem W ist, dass die Karten immer rotieren, auch wenn sie gerade nicht an sind und immer in der gleichen Reihenfolge und immer in der gleichen Geschwindigkeit. Bedeutet, blau, rot, gelb, 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 zack. Ist natürlich extrem schwer, sowas zu teilen. Wer extrem auf Triad gehen möchte, kann das natürlich gerne machen. Aber ich sage mal so, ich selbst mache es nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben, damit ihr die Mechanik dahinter versteht. Ist extrem schwer, gerade im Teamfall, sowas im Kopf zu behalten. Ich habe euch informiert, was ihr daraus macht. Eure Entscheidung. Wir fangen einmal damit an, dass die Ultimate der erste Einsatz ist, natürlich das Ganken. Das heißt, ihr könnt mit der Ultimate sehr, sehr gut andere Lanes ganken. Das heißt, ihr geht irgendwo zum Beispiel hin, ihr pingt, am besten immer so, ihr sagt, hey, Ganking, Botlane, bla, 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 bla. Geht ungefähr in die Reichweite so. Weiter nicht, weil dann glaubt ihr auch nicht gefallen, irgendwelche Bots zu gehen. Drückt jetzt, lockt vorher schon mal die gelbe Cam ein, die gelbe Karte ein, zack. Und jetzt könnt ihr euch quasi hier reinulten. Das heißt, ihr macht die Ultimate an und ultet nach unten, am besten hinter den Gegner und stunt den Gegner. Bevor ihr in den Lane ganken geht, solltet ihr natürlich immer vorbereiten, dass ihr euer Stack Deck ready habt, um noch den ganzen Ganken ein bisschen zusätzlichen Schaden zu verleihen. Die nächste Idee der Ultimate wäre natürlich zu scouten. Jetzt, wenn ich jetzt nicht weiß, hey, wo ist mein Gegner? Machen die vielleicht gerade Baron? Man drückt die Ultimate und er macht tatsächlich Baron, ja. Das heißt, ihr seht einfach, was die Gegner machen. Sind sie vielleicht in eurem Jungle? Wollen sie euch trappen? Manchmal, einfach nur, selbst wenn man nicht blinken will, kann man die Ultimate nutzen, um zu wissen, wollen die Gegner uns trappen? Sind die an Baron machen? Machen die Dragon? Wo sind die Gegner? Wichtig hierbei ist, hat der Gegner ein Banshee's Veil, dann wird man den Gegner nicht sehen können. Ja, dieser Effekt, dieses Auge wird von dem Banshee's Veil geblockt. Man kann die Ultimate natürlich auch zum Chasen benutzen. Das heißt, wenn der Gegner so ein ganz kleines Stückchen wegkommt und wir nicht mehr hinterherkommen, kann man natürlich mit der Ultimate nochmal ein kleines Stück hinterher blinken, um den Finish drauf zu machen. Das war's für heute. Oder man kann sogar sagen, man kann mit der Ultimate Escapen, wenn man sagt, hey, da kommt jetzt ein Gegner, der ist jetzt gleich da, das heißt, ich blinke einfach ganz schnell ein Stück weg, es muss meistens gar nicht mal so weit sein, ich blinke ein Stück weg, wichtig ist immer, dass man die Range beachtet und nicht, dass man einfach jetzt hier unten in die Base klickt und dann zu weit und der läuft, so, ja, das heißt, beachtet die Range und drückt einfach irgendwo so ein bisschen weg, solltet ihr einen Gegner an euch dran haben, zum Beispiel Twitch, bei Twitch könnt ihr gedankenlos einfach, selbst wenn ihr euch gerade angreift, könnt ihr ulten, solltet ihr aber so ein Champion haben, wie zum Beispiel, Xerath, dann müsst ihr warten, bis der Gegner euch gestunnt hat oder falls ihr CC oder Stunts habt, müsst ihr warten, bis der Gegner euch gestunnt habt und erst dann dürft ihr ulten, ansonsten klappt das halt einfach nicht. Außerdem macht die Ultimate nicht nur normale Dudes sichtbar, sondern auch unsichtbare Ziele, das heißt, ein Akali, ein Twitch, Shako, alles, was sich unsichtbar macht, wird quasi sichtbar gemacht, das heißt, sollte der Gegner sich sich verdumen und unsichtbar werden, drückt einfach auf die Ultimate und hey, da ist er ja, da sehen wir ihn wieder. Für die ganze Zeit, wie unsere Ultimate an ist, sieht man den, was sehr, sehr lang ist, ja, das ist also der Ripp für jeden, für jeden unsichtbaren Champion. Musik 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 Kombo-Technisch gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, Kombo-Technisch, es gibt wirklich nicht viel. Das Ding ist, bei Kombo-Technisch, ihr könnt eigentlich die gelbe Karte einloggen, ihr werft ihr auf den Gegner und ihr macht das Q-Mail im Auto dabei und habt einen Thunderlords-Proc. Wichtig dabei ist, dass ihr, je nachdem, wie weit ihr vom Gegner wegsteht und ihr vielleicht noch in der Zeit, wo die gelbe Karte fliegt, dass der Gegner sich ja bewegt und die Karten relativ langsam fliegen, das heißt, es kann sein, dass er sich danach direkt wieder bewegt und die Karten daneben fliegen. Ansonsten, die Ultimate kann man natürlich auch zum Split-Pushen nutzen, das heißt, wenn das Team gerade die Midlane pusht, kann man selber zum Beispiel auf der Botlane hier gerade einen Turm pushen, vielleicht den zweiten Turm hier und sollte, sobald ein Gegner hier kommt oder sobald in der Mitte gefeitet wird, blinkt man dann einfach zum Team zurück. Wichtig ist natürlich, dass man die Range beachtet, man kann zum Beispiel nicht von unten nach oben, das klappt dann natürlich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es gibt mit der Ultimate auch den guten Stundenglas Bait. Ich selber habe ihn noch nie eingesetzt und ich habe auch nicht so das ganze Vertrauen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video, wo eine Person die Ulti anmacht und in die Gegner reinblinkt, in 5 Gegner reinblinkt. Und sobald die Gegner sehen, dass dieses Mark auf dem Boden ist, wollen die euch alle auf die Fresse. Oft ist es so, diese Fades blinken schlecht in die Gegner rein und dann kriegst du sofort alle Stunts ab und bist instant tot. Es ist sehr, sehr einfach, diese Ultimate auszupacken, weil zum Beispiel, wenn gerade diese Kugeln da kommen, dann könnte ein Nami einfach vorher schon mal die Bubble rauswerfen und sobald du da stehst, kriegst du diese Bubble ab. Und das wollen Gegner. Und deswegen gibt es so diesen Bait, dass du die Ultimate anmachst, in 5 Gegner reinblinkst und in das Stundenglas drückst. Die hauen direkt alles auf dich drauf und irgendwelche Spells und dann stehen die aber vielleicht alle um dich rum. Und dann kommt nämlich zum Beispiel Engage von Malfight, von Amumu, von Cannon. Also so ein richtig fetter Aoi Engage und 5 Leute rein. Ich habe es selber noch nie praktiziert. Ist mir auch zu gefährlich, weil ich meinem Team so weit nicht vertrauen würde. Aber ich wollte es mal wett haben. Ebenfalls ist es so, dass die Gegner natürlich oft noch so mit ganz wenig HP aus dem Teamfight rauskommen. Und da ist es wichtig, dass die Gegner sich oft splitten. Das heißt, wir haben drei Leute, die wenig HP haben und dann geht jeder seinen eigenen Weg. Der eine macht noch ein Camp, der eine stellt sich am Turm und der andere geht hier noch so ein bisschen warden oder irgendeinen Blue Buff machen. Das heißt, wartet ein bisschen, nehmt euch ein bisschen Zeit und dann zündet die Ultimate, wenn ihr wisst, der Gegner hat sich selber isoliert, ist alleine. Und dann blinkt ihr dahin und bringt ihn dem Arrest und tötet ihn. Kleiner Tipp noch zu der Ulti. Bevor ihr ultet, würde ich euch empfehlen, immer vorher die CDR Boots zu kaufen, immer Schienen vorher zu kaufen oder den Blue Buff einzusammeln. Da strikt drauf zu achten. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, geh ich jetzt erst unten und hol mir dann den Blue Buff oder erst Blue Buff und dann unten immer erst Blue Buff. Denn diese 10%, wenn ihr jetzt hier von den 172 Sekunden 10% schon mal runterkriegt, dann habt ihr 10, 17 Sekunden habt ihr dann direkt runter. Und, ähm, ja, das ist eine extrem lange Zeit. Abschließend werde ich noch ein paar Sachen zu Twisted Fates Playstyle sagen. Twisted Fate ist von seiner Mechanik her, dass er eine Ultimate hat, die keinen Schaden macht. Ein Champion, der die meisten Matchups im All-In verliert. Ein Viktor, eine Anivia, alles sind Champions, die einfach mehr Schaden haben, die mehr Burst Schaden haben. All-In verliert Twisted Fate fast alle Matchups. Das heißt, Twisted Fate ist ein Champ, der sehr, sehr gut pushen kann. Twisted Fate ist ein Champion, der sehr, sehr gut poken kann, weil seine Karten sehr, sehr viel Range haben. Das heißt, ihr darf nie ein All-In machen. Deswegen ist Zett auch so ein ekliger Champion und ich würde Twisted Fate niemals gegen Zett oder Fizz spielen, weil das All-In-Champions sind oder auch gegen Talon. Das heißt, gerade wenn ihr gegen solche Champions spielt, ist eure Devise, spielt defensiv. Es gibt verschiedene Varianten, Twisted Fate zu spielen. Oft ist es so, der pushende Defensive. Ja, das heißt, wir pushen durch, versuchen aber nicht zu fighten, aber gleichzeitig den Gegner irgendwie, dass er CS verliert, dass wir die Lane durchpushen. Dass er vielleicht auch keinen Druck machen kann, dadurch, dass wir die Lane durchpushen. Alternativ kann man natürlich auch sagen, dass man mit der Q extrem einfach die ganze Zeit farmt. Da die Q extrem viel Range hat, kann man auch einfach von sehr, sehr weit weg mit der Q quasi die Minions farmen, ohne dass der Gegner wirklich was dagegen machen kann. Weil wir von hier aus da oben die Minions weg CSen können. Das heißt, der richtige Umgang mit Twisted Fate auf der Lane ist sehr, sehr wichtig. Vor allem hat Twisted Fate auch kein Escape, weshalb es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr gut wardet, gutes Positioning habt und euch richtig bewegt. Wenn ihr wisst, der Gegner könnte euch ganken, dann fightet er es gar nicht, weil ihr habt kein Escape, ihr werdet sterben. Twisted Fate ist also an sich ein sehr, sehr fragiler Champion, aber es ist so, dass ihr halt durchpusht und dann versucht einfach die Gank, die Lane... Es ist so, dass ihr versucht eure Lane einfach, falls ihr sie wirklich nicht gewinnen könnt, man kann viele Lanes gewinnen, indem man sie einfach pokt und irgendwann den Finish setzt. Ja, so ist es nicht. Aber falls ihr eure Lane nicht gewinnen könnt, dann pusht sie einfach bis zum Geht nicht mehr durch. Werdet Level 6 und von Level 6 aus soll ich direkt unten hier irgendwo hinzulaufen und von da aus direkt auf die Lane zu holen. Das ist sehr, sehr gut und das klappt sehr, sehr gut. Das heißt, das Allerwichtigste bei Twisted Fate ist wirklich das Positioning und deswegen ist auch Movement Speed so wichtig. Wir haben kein Escape und deswegen müssen wir einfach immer schnell sein und viel Movement Speed aufbauen durch unsere Ruhen, durch unsere Items, durch den ganzen Bums. Das heißt, positioniert euch in Team falls richtig, positioniert euch gut, ihr müsst immer schön weit hinten stehen und ihr dürft nicht zu nah an das Ganze ran. Solltet ihr eine Vi-Ulti abkriegen, seid ihr tot. Wann sollte ich Twisted Fate picken und wann sollte ich Twisted Fate nicht picken? Grundsätzlich ist es erstmal sehr, sehr wichtig bei Twisted Fate, ihr habt vielleicht alle schon mal dieses Game gehabt, wenn ihr Twisted Fate gespielt habt, dass ihr einfach nirgendwo ganken könnt. Ihr braucht Lanes mit Potential. Wenn ihr auf der Bot-Lane zum Beispiel eine Janna-Sivir-Combo habt, die hat sehr, sehr wenig Potential, Kill zu machen. Kein CC so richtig und auch kein Stun oder sowas und der Wirbelsturm ist ja jetzt geht so, sagen wir mal ehrlich. Und so eine Lane zu ganken ist dann sehr, sehr schlecht. Und wenn ihr auf der Top-Lane noch einen Vladimir habt, dann ist das Ganze rippt. Das heißt, ihr könnt nirgendwo richtig ganken. Das heißt, guckt schon in der Champ-Select, was habt ihr für ein Team. Lohnt es sich Twisted Fate zu picken? Ja oder nein? Nein. Gegen Gegner, wo ihr nicht spielen solltet, sind definitiv Champions, die sehr, sehr stark im One-on-One sind und euch auch One-on-One fighten wollen. Das heißt, das ist sowas wie Zed, das heißt, das ist sowas wie Fist, sowas wie Talon. Also jegliche Art von Assassinen wollen wir eigentlich nicht unbedingt bekämpfen, denn diese wollen die ganze Zeit mit uns fighten. So eine Diana auch zum Beispiel. Gegen solche Matchups könnt ihr definitiv gewinnen. Würde dann einfach mal ein Exhaust zum Beispiel mit Pink oder was Defensives, könnt ihr definitiv gegen gewinnen. Würde es aber grundsätzlich nicht empfehlen. Ja, das war es zum Schützen Fate Guide. Vielen Dank dafür. Haut rein, machte weiter Situationen. Wer Bock auf Gameplay hat, kann es sich jetzt anschauen und tschüss. Das war es zum Schützen Fate Guide. Bis zum nächsten Mal.